um herzlich willkommen zu der zweiten folge riecht auf unserem kanal sofort und gleich mit dem vergleich oder auch mit dem nubigen sagst du aber jo so ich hab keine ahnung von unseren hoh-coordinaten hast du mir die aufgerufen? nein dann findest du sie toll gute idee oder nicht? nein keine gute idee ja so halt Mist ich bin tot quasi eigentlich ich flieg einfach weiter, das juckt mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht ich glaub aber ich bin bei mir, also bei uns wieder angekommen wir sind nämlich im village ah ne hä? da oben ist ein ja da oben ist ein dungeon nein! da oben ist ein blaze hier haben wir die koordinaten damit ich mich in der aufnahme notfalls angucken kann weil das wäre jetzt ziemlich blöd wo ist der blaze? blaze da hast du gar keine idee es gefunden ja leute wenn ihr wissen wollt worum es geht wir haben mit sicherheit auch jetzt irgendwo in dem video die erste folge verlinkt da erklären wir dann nochmal genauer wo es um das Projekt geht wo es um das Projekt geht also es geht in dem das ist eigentlich glaube ich das ist ein ganz normales Micro Display ähm Mods Display und wir haben uns aber überlegt dass wir in den Mods Display ein paar Minispiele machen wer gewinnt wir machen zum Beispiel einen kleinen Wettansatz also wer gewinnt bei Lucky Blocken zum Beispiel wer gewinnt da darf es dann behalten weißt du ja da müssen wir uns doch was überlegen was wir da machen äh das auf jeden äh genau das meine ich bei Lucky Blocken ja lauter Chicken Babys ne du meinst Diamanten ja die Chicken Babys sind mir egal nooo das Lucky Block ja die Stiefel bin ich voll Eisen ey nochmal ganzes die Koordinaten damit ich sie mir merken kann also damit ich sie mir im Video theoretisch die normal kriegen kann Diamant Block ja genau das war ich nicht wieviel Diamanten habe ich jetzt schon? daheim habe ich 4 ich hab 19 Diamanten wow ich hab null Null Lucky Block noch ein Lucky Block aber ich habe ich hab gleich Volleisen du hast gleich Volleisen ich hab gleich Volleisen genau nein die luft liegen bei irgendeinem lucky block bin ich tot dann habe ich 15 jemanden habe ich nicht ich habe ein grab aber naja scheiße nein wir fehlen noch ein bisschen Eisen oh Gott dann ist das ja Lucky oder? Schöpst wenn ich jetzt in die Luft fliege bei irgendeinem lucky block bin ich tot nicht geschafft ey ich bin tot da sind wir wieder und äh ja ich bin der Barmacher so ok mal das ähm das jetzt dahin fliegen da hat es viel zu lange gedauert um das in die Aufnahme zu packen deswegen habt ihr das jetzt gar nicht gesehen naja so ich geh mal nach Lucky Blocks besuchen das Problem ist entweder mal guck und Dungeons oder mal guck nach Lucky Blocks da bitte so bitte nicht bitte Dropper oder? Dropper ok damit kann ich schon Lucky Blocks bauen das ist sehr gut weil ich möchte auf jeden Fall mehr Lucky Blocks haben als er gleich äh hast du eigentlich schon Full Eisen? nein ich bin aber bald Full Dia großkotziger Handgel nein bist du ohne Lucky Blocks das ist viel sinnvoller als in Höhlen zu campen ich campe nicht in Höhlen ich habe mir erstmal glaubst du es sehr gut ich hab ein bisschen irregale da ist ein Lucky Blocks da ist ein Lucky Blocks ich bin so weit weg von nacheim ich glaube ich baue einfach hier meine Ausspaß oh eine Jukebox das ist noch ein Lucky Blocks aber auch Lucky Blocks sind die einfach jetzt hier wild auf der Map oder was ja deswegen gehe ich ja mit der Flägebox das ist einfach hier rumfliegen und fliegt von einem Block zum anderen was das naja nicht wirklich toll aber ich halte jetzt ein bisschen was warum das ein Lucky Lock and Nether super oder da ist der nix Lucky Block Alter was ist jetzt passiert gleich gehen wir mal noch Lucky Blocks zahlt sich wirklich aus so jetzt bin ich am überlegen schon nein nicht GIF sein ich bin verarschen und wenn ich das die Kette kann man nicht craften ja wieso kann ich jetzt nicht in diese Fädermaus wächst das läuft du musst äh nein du musst Fragezeichen drücken das ist das scharfe S äh neben der Null rechts neben der Null rechts genau so dann auf die Bad und dann wenn du auf der Bad bist die Öltaste drücken oder auch so und jetzt bist du ne Fäderbrauch hä wieso ist das jetzt anders als das letzte Mal nein hm ich werde zu sterben ich bin im Fischglas bitte raus ja das ist das gute eine Fädermaus wächst tot aber was nützt dass die Fädermaus nur ein Block unten ist das ist ein krass krass große Hilfe fliege ich überhaupt wieder oh ich fliege wieder ich fliege wieder in unsere Richtung glaub ich tschüss aus ja von unserem von unserem Stück weg also von unserer Insel da ist noch ein Lucky Block da sind Potions zu machen ich habe keinen Platz mehr Potion of Weakness die zwei alten Emi sind mir jetzt auch egal die Axt ist mir ehrlich gesagt auch Wumpe und der Damage wieso sagt man das mit mir Heilung oder nicht dann nehm nehm nehmen wir uns das doch so und fliegen wir mal wieder zurück ne und wir haben sehr viel Beute bedeutet einmal hier eine drüber dann hier eine drüber hinsetzen und dann hier erst mal den ganzen Kram reinpacken sehr gut ähm ich habe keine Axt mehr ich habe 19 Diamanten so ich bastel mal ein bisschen was rum so ich brauche jetzt erstmal eine Schaufel da ist ein Lucky Block das ist ein Nether Block naja da musst du schnell wegfliegen von dem musst du schnell wegfliegen wenn irgendwas böses rauskommt du bist du tot zeig erstmal die Koordinaten du hast keine Koordinaten oder? warte mal einfach auf und dann muss ich aber rennen wenn es ja wenn es was böse ist du hast mit bekannt stehen mit egal welcher Spitzaket ja egal alter 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 ich bin tot ja genau das meine ich warum du tot bist ich bin auch tot wie komme ich jetzt da hin ich habe die Koordinaten nicht bemerkt was nicht gut gemacht sorry aber das ist Lucky Block das ist so was so was beklopptes mit der aus dem Vollbildmodus rausgegang kannst nichts mehr klicken es ist halt in dem Spiel so Geh nicht aus dem Vollbildmodus raus ich weiß ja mal wie ich rausgekommen bin ich habe ein Beacon Geh nicht raus weil danach kannst du nichts mehr machen Leute wenn ihr irgendwie einen Trick wisst was weiß ich Blaubeeren Lucky Block ist mir jetzt egal wenn ihr jetzt einen Trick wisst wie man da wieder dann reinkommt dann sagt mal schreibt was in die Kommentare ich habe Lucky Block ja schön für dich ich habe Dollkeeper wo muss ich jetzt hin es geht gar nichts ich kann nicht immer auch was machen ich teleportier dich dahin Respawn ich teleportier dich dahin du musst aber in der Fledermaus sein wieso muss ich jetzt in der Fledermaus sein der Slime ist weg du musst jetzt einfach in der Fledermaus sein weil dann fällst du runter und bist tot in diesem Scheiß Lucky Block ja in diesem Drecks Scheiß Lucky Block ja bin ich jetzt gestorben ja 70 Lucky Block eigentlich nur weil und konnten nichts mehr machen weil ich in dem Spiel nicht aus dem Vollbildmodus rausgehen darf das ist toll super wo ist jetzt mein Zeug da Leute ihr merkt schon ja gleich das nur meckern das ist doch der Richtige bei einem anderen Spiel würde er so meckern so und das ist der Nether da unten was oder was nein das ist ein Unlucky Block es gibt Very Lucky Blöcke diesen komischen Quarz Zeugs das gibt normale Lucky Blöcke die sind ohne beides sondern es gibt die Unlucky Blöcke du hast direkt als erstes ein Unlucky Block ja aber dann hätt ich ihn doch gar nicht aufmachen dürfen doch hättest du ich habe auch so einen Unlucky Block vorher ein Gold bekommen die sind nicht immer Unlucky die sind nicht zu 100% Unlucky die sind zu 80% Unlucky und zu 20% Unlucky tolle Wurst warum ist der erste Scheiß Lucky Block den ich kriege in Unlucky Block weil du halt einfach na gleich bist oh prima es trifft immer die Noobs immer die Noobs sie kriegen gleich den Unlucky Block so mach den Unlucky Block kommt ein riesen Scheiß Slime raus ja der einfach denkt das ganze Feld hier kaputt macht hat er doch gar nicht ne hat nur mich kaputt gemacht ja so okay mich hat er auch kaputt gemacht super so und das hier ist unsere Stelle oder was was wo ist denn unsere Stelle du darfst bauen was du willst du darfst bauen was ich will ja du dummes Creep du das ändern ja natürlich ja hier sind so ja na kl ja du alter was hier ist ein Dreckskelett wieder ist ein Dreckskelett was bitteschön ist daran okay ich flieg nach Hause ich bin schon wieder 800 Blöcke von das darf doch nicht da ist ein das ist doch eine Schmiede Jackpot die Koordinaten muss mir absolut mit dir von die Schmiede und holen uns erstmal die Kiste dran Obsidian Obsidian sehr schön das gefällt mir doch ich bin grad auf nem Lucky Trip du was für'n was für'n Block habe ich abgebaut das ist Kohle was für'n Block habe ich abgebaut als ich gestorben bin ja ein Unlucky Block so also auf was für'n Trip bin ich auf nem Unlucky Trip auf nem gottverdammten Unlucky Trip warum wundert mich das nicht? weil du nicht als sofort heißt wieso erwartet mich genau das hier? ich glaub das erwartet mich in jedem Spiel Unluck, Unluck und Unluck in Fortnite bist du genau auf den Gegner drauf trifft nix was die sind bitte ein ein ich brauche irgendeinen Villager den der mir Emerald fertig ey nein du du oh hier oh ich brauche Endermann ja ich schuldig Endermann ich hab keine Angst zu dir komm Pussy 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 da Pussy Endermann Seng das ist dein Dschungel das ist dein Dschungel nö das ist ein Zoom so ähm ich hab mal wieder ich glaub ich muss wieder ich bin mir überhaupt nicht sicher ich hab die Koordinaten könnte ich jetzt eigentlich nehmen bei öfter aber äh ja mach ich jetzt auf so so 201 und minus oh Gott das ist ja mal ewig nicht oh die Folge ist vorbei wenn es euch gefallen hat dann wie immer einen Daumen nach oben schreibt was die Kommentare abonniert die Kanal und schreibt es mir mal ein wenn es wieder heißt Creepy Craft mit uns beiden bis dahin und Ciao Ciao 5 6 6